Hallo zusammen, mich ist wieder heute Laren und tschau euch wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen und zwar gleich mit zwei Chars. Und ich habe auch noch ein bisschen was anderes vorbereitet, aber das werden wir gleich uns angucken. Als allererstes machen wir das hier mit dem Parler auf. Mit dem bin ich im RBG für das alte RBG-Set unterwegs. Auf 1800 muss ich kommen, 1750 bin ich jetzt, also so langsam wird es. Ich brauche da noch ein paar Teile und ja, vielleicht kriegen wir das eine oder andere raus an PvP-Gier. Ich denke mal so ein Umhang, Hals, Trinket, sowas in die Richtung wäre gut. Da wo ich halt noch keinen Slot habe. Oh weia, was ist das? Das ist eine Schulter. Das habe ich schon. Eine Hose habe ich auch schon, aber da würde ich wenigstens noch einen T-Mock kriegen. Und was ist das hier? Eine Talie. Dann ist eigentlich das Sinnigste, wenn ich die Talie nehme. Hose habe ich schon set. Komm, dann nehmen wir die Talie mit. Machen wir Nägel mit Köpfe hier. Dann habe ich wieder ein PvP-Teil mehr. Da. Wunderbar. Das können wir gleich mal anlegen. Mittlerweile wird es auch mit dem PvP-Gier. Jetzt habe ich noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Slots, die ich belegen muss. Mal gucken. Ich denke mal, die Woche, wenn ich wieder ein bisschen Punkte hole, kann ich nochmal einen ausfüllen. Mal schauen. So langsam können wir es auffüllen. Gut, dann können wir die alte Talie schon mal weghauen. Die brauchen wir nicht mehr. Und, ach, im Katalysator packe ich das Zeug später, wenn ich dann das andere T-Mock-Zeug noch hole. Jetzt locken wir erst mal um. Und zwar war ich noch mit einem anderen Schar unterwegs. Und zwar hier mit meinem Worry. Denn, ähm, ich will mir jetzt die Legendary-Axt besorgen. Und ich habe auf meinem Krieger alle quasi alten Legendary-Items erfarmt. Also die ganzen Waffen, die ich nicht auf dem Druid tragen konnte. Und auf dem Krieger will ich mir jetzt auch das neue Schwert aus Amir-Drasil holen. Oder ist das ein Schwert? Ne, ist das eine Axt. Pardon. Eine Axt ist es. Und ja, da war ich ein bisschen im LFR unterwegs. Ich dachte, ich kann diese Chancen-Upgrade-Items auch quasi kriegen. Wenn ich da mehr Bosse umhau am Schein, kriegt man das nur in den höheren Schwierigkeitsgraden. Heißt, ich habe das, ähm, ne, den Endboss habe ich umgehauen für die Waffe. Und dann habe ich noch ein paar extra Bosse. Bis ich das gecheckt habe, dass es sinnlos war. Deswegen müssten wir jetzt zumindest ein, zwei Slots hier ausgefüllt haben. Und mal gucken, vielleicht ist ein bisschen was für St-Mock dabei. So, was haben wir denn Schickes? Wir haben eine Hose. Und wir haben Hände. Äh, jetzt muss ich mal gucken. Ach, ich habe mein Speedgear an. Ich wollte gerade sagen. Jetzt legen wir das mal hier um. So. Also. Hose habe ich schon Set an. Hände hätte ich jetzt nur so ein PvP-Stuff. Brust wäre relativ low, aber gut, Brust ist da keine drin, ne? Ja gut, dann nehmen wir wohl die Hände. Eventuell kann ich die dann auch noch in Katalysator packen. Das müsste ich mal gucken. Wobei, wahrscheinlich habe ich schon alles verwendet, dann für irgendwelche Off-Pieces, ne? Schätze ich mal. Also ich kann mal schnell hochflattern und gucken. Aber ich glaube nicht, dass da was noch dabei ist. Dann hätte ich nämlich einen Vierer-Set-Bonus. Ist auch nicht schlecht, ne? Wenn ich jetzt Führer umhau, kann es nicht schaden, wenn man ein bisschen, ein bisschen besseres Gear hat. Beziehungsweise dann halt auch einen Set-Bonus. Also mein Plan für den Schar ist halt, jede Woche jetzt Führer-Komm zu hauen, bis ich halt die Legendary-Waffe habe. Ich habe mit dem unter anderem beide Gläven von Illidan auf der Bank liegen. Dann habe ich, ne, Sulphuras habe ich das auch mit dem. Also einen Winziker habe ich auf jeden Fall. Sulphuras habe ich, glaube ich, mit dem Main. Und auch Torridal habe ich rumliegen. Und ja, noch viele weitere Legendary-Waffen. Halt alle, die ich mit dem Main nicht tragen konnte. Jetzt, denke ich mal, kriegen wir die vielleicht noch dazu. So, dann schauen wir mal, ob ich noch einen Charge habe. Ah, ich dachte mir fast. Schade. Okay, das wird schon mal nix an der Stelle. Dann, ähm, ja gut. Komm, ich porte den weg, dass ich hier instant ausloggen kann. Gut, das waren jetzt die zwei Walls, die ich vorbereitet hatte von letzter Woche. Jetzt habe ich noch ein bisschen Timewalker gespielt vorhin. Habe mein Main und mein zweiter Account geschnappt. Und fünf Timewalker-Dungeons durchgeballert. Und dann habe ich nur mit zwei Kisten. Ich dachte mir, komm, die können wir jetzt hier noch mit reinnehmen. Also gehen wir einmal auf den Main. Da war ich mit dem unterwegs. Und dann hier noch auf den Twink. Da bin ich schon eingeloggt. Dann können wir gleich mal gucken. Vielleicht ist da irgendwas Cooles drin. Ehrlich gesagt, mich interessieren jetzt Gear-Upgrades nicht wirklich. Ich will eher Timurk haben, ja. Jetzt schauen wir mal. Einen Umhang. Ah, den hatte ich noch nicht. Okay, der Sound kam jetzt bloß nicht. Aber den Umhang hatte ich tatsächlich noch nicht. Das ist doch schon mal was Schickes. Alles, das können wir gleich mal anlegen. Und dann müsste ich mal schnell schauen. Eventuell kann ich das sogar benutzen. Nee, Umhang habe ich schon. Okay, Katalysator wäre jetzt hier quasi nicht gut. Da würde ich nämlich keinen T-Mog kriegen. Aber gut, zumindest das ist auch ein Gear-Upgrade. Für 45, man kriegt halt ein Normal-Time, ganz klar. Für den Schar ist das nicht verkehrt. Hauptsächlich mache ich das Ganze, um die T-Mog-Items aus dem Timewalker. Zusätzlich kann man ja den Vault jetzt noch auffüllen mit Timewalker-Dungeon. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo ist denn das drin? Hier kann man zum Beispiel sehen. Jetzt habe ich hier auch 5 Dungeons für HC und dann kriege ich da auch noch T-Mog raus. Also ich kriege quasi, wenn ich 5 Dungeons mache, T-Mog aus dem Sack raus. Ich kriege T-Mog in den Instanzen raus. Und ich kriege T-Mog über den Vault raus, wenn es gut läuft. Also sonst würde ich die Timewalker-Dungeons nicht machen. Aber aktuell lohnt es sich halt schon, weil man so viele verschiedene Quellen dann hat. Gut, jetzt gucken wir mal beim Main hier auch noch und schauen, was da so drin ist. Ich denke mir, hier wird kein Gear-Upgrade sein. Ich habe jetzt ein paar Sachen angelegt, die eventuell ein bisschen besser im Timewalker skalieren. Zum Beispiel hier das Herz von Azeroth oder der alte Umhang. Aber ich muss mal nochmal gucken. Leider habe ich mein Timewalker-Gear irgendwann mal verkauft, weil auf der Bank ein bisschen Platzmangel war. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes drin? Das ist ein Trinket. Das ist tatsächlich, zumindest vom Item-Level, ein Upgrade. Traumman, Mastery, Grits. Das haben wir in den Schuss zu verlinken. Besten Freund. Okay, ist das ein Highlight-Trinket? Ne, das war Wächter. Okay. Gut. Muss ich mal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob das ein gutes Trinket ist. Aber vom Item-Level ist es zumindest ein kleines Upgrade. Ich habe nämlich immer noch die alten aus dem letzten Patch an. Juti, das war es eigentlich mit dem kleinen Opening. Nächste Woche wird es wahrscheinlich ein ziemlich großes Opening geben. Also hier ein Vault-Opening, weil ich mit x Twings durch Timewalker durchflitze. Und dann haben wir einige Vaults aufzumachen. Und ich hoffe, dass dann auch einiges an tollem Loot dabei ist. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, was dabei war. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.